Interessierst Du Dich für Automatisierung und möchtest SPS-Programmieren lernen, hast aber keine Ahnung wo Du anfangen sollst? Dann bist Du bei sps-totorial.com genau richtig. In meinen Online-Kursen lernst Du alles, um im Bereich SPS-Programmierung erfolgreich durchzustarten. Du lernst eigenständig und mit Hilfe von unterhaltsamen Lehrvideos, Bildschirmaufnahmen und verschiedenen Simulationsmodellen. Egal, ob Azubi, Student, Fachkraft, Führungskraft, Ingenieur oder einfach nur Technik interessiert. Ich zeig Dir alles, was Du wissen musst. Und um das Gelernte zu vertiefen, setzen wir das Wissen direkt in praktischen Übungen um und das ganz ohne teure Hardware. Hast Du keine Vorkenntnisse? Kein Problem, die brauchst Du auch nicht. Im SPS Grundkurs stehen Dir 14 kostenlose Lektionen inklusive Videomaterial zur Verfügung, mit denen Du Schritt für Schritt den Umgang mit speicherprogrammierbaren Steuerungen im Tierportal erlernst. Und um Dich auch von den restlichen Inhalten und meinem Lernkonzept zu überzeugen, gibt es in jedem Kurs auch weitere kostenlose Testinhalte. Zudem findest Du auch viele weitere Videos auf YouTube oder Facebook. Du entscheidest, wann und wo Du lernst. Teil Dir Deine Zeit flexibel ein. Der Mitgliederbereich ist zeitlich unbegrenzt und von jedem beliebigen Rechner oder vom Smartphone über das Internet erreichbar. Selbstverständlich erhältst Du nach Abschluss jedes Online-Kurses auch eine Teilnahmebestätigung, die Du für Deine Bewerbungen nutzen kannst. Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du Dich jederzeit bei mir melden. Ich helfe Dir gerne. Legt nach heute los, René von sbs-totorial.com www.sbs-totorial.com